So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO und wir haben wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Diesmal wahrscheinlich das größte, umfangreichste, brutalste Gewinnspiel, was wir je hatten. Wir haben schon viele Gewinnspiele gehabt, wir haben schon legendäre verlost, haben wir glaube ich gar nicht gemacht, aber trotzdem. Legendäre verlost, Shinies verlost, ganze Accounts verlost, Guthaben verlost, also Pokecoins verlost, irgendwelchen Merchandise verlost, irgendwelche Cappies verlost, Pokémon Base Caps, sonst was. Es gab schon so viel, aber heute gibt es was ganz Besonderes, ihr seht es ja schon am Titel, am Hintergrund, an allem. Ähm, es gab damals mal so eine Pokémon-Karte, eine Sammelkarte, die man wohl bekommen hat, wenn man in London bei so einem Pokémon-Sender war und dort eingekauft hat, hat man dazu so eine Pokémon-Karte bekommen, Forschung des Professors oder auch Professors Research genannt. Und auf dieser Karte war ein Promocode drauf, den man für Pokémon Go nutzen konnte, wenn man ihn eingelöst hat, hat man also eine Spezialforschung bekommen in Pokémon Go, die man lösen konnte. Die umfasste sechs Kapitel und es gab eine Medaille, nämlich die Medaille, die ihr hier seht, Forschung des Professors, hat die exklusive Sammelkarte mit Professor Willow erhalten. Ich habe die Medaille, ich finde die Medaille sieht auch richtig genial aus. Und sechs Leute von euch haben jetzt die Möglichkeit, diese Medaille für ihren Account zu gewinnen, plus natürlich der Spezialforschung, zu der die Medaille gehört, mit den sechs Kapiteln, mit den Items, dem Staub, den Erfahrungspunkten, den Pokémon-Encountern. Ich habe dazu eine Videoreihe produziert, Forschung des Professors, Kapitel 1 und 2 war ein Video, Kapitel 3 und 4 war ein anderes Video und Kapitel 5 und 6 war das dritte Video. Die sind in der letzten Woche alle online gegangen, konnte man sich alle angucken, viele haben die auch schon gesehen. Und ich habe gesagt, dazu würde es also ein Gewinnspiel geben, dass diese Forschung, die ich gelöst habe im Video für euch, verfügbar ist und sechs Leute, die gewinnen können. Was ihr dafür tun müsst, ist, eigentlich fast wie immer, wenn wir ein Gewinnspiel machen, ich lade es auch extra wieder an einem Dienstag hoch, sodass man eine Woche Zeit hat mitzumachen und das am Montag dann ausgelost wird. Natürlich wieder bei Chill mit Ramses im Livestream, ab 20 Uhr, 21 Uhr dann die Verlosung. Das klingt schon wieder richtig kompliziert alles, oder? Ich merke es ja selber, es ist ja, blickt ja keiner durch, aber ich will wirklich dieses Mal, dass nichts schief geht und vor allem, dass es den richtigen trifft, weil das ist mir wirklich wichtig. Das ist einfach eine fette, brutale Sache. Also um mitzumachen, müsst ihr nur einen Kommentar unter dieses Video schreiben, in dem ein paar Sachen enthalten sind, die ich euch gleich nenne. Ihr habt eine Woche Zeit, im Prinzip einen Kommentar unter dieses Video zu schreiben, das kommt am Dienstag hier online und am Montag, 21 Uhr, ist die Verlosung. Auf dem Kanal, YouTube, Livestream, Chill mit Ramses. Jeden Montag machen wir ab 20 Uhr Chill mit Ramses, gucken zusammen YouTube-Videos, chillen ein bisschen und 21 Uhr wird die Verlosung sein, live im Stream bei Chill mit Ramses. Ihr habt von Dienstag bis Montag Zeit mitzumachen, das hier zu gucken, die Fragen zu beantworten, um euren Kommentar zu formen und dabei zu sein. Ihr müsst im Stream anwesend sein, wenn ihr gezogen werdet und euer Name fällt, müsst ihr da sein, müsst euch bemerkbar machen, das ist wichtig, um gegen Faker vorzugehen und anderes Zeug. Wir gucken, dass wir das wirklich pünktlich 21 Uhr auch lösen, damit es nicht zu spät wird für manche. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um den Kommentar, was im Kommentar enthalten sein muss. Ich habe mir diesmal ein paar Fragen ausgedacht, damit nicht einfach irgendjemand kommt und abstaubt, sondern dass man sich wirklich ein bisschen damit beschäftigt haben muss. Ich werde euch danach auch noch ein paar Tipps dafür geben. Ihr schreibt also bitte einen Kommentar unter dieses Video mit allen einzelnen Punkten, die ich gerade sage. Nummeriert das wirklich bitte durch und schreibt das untereinander, dass das übersichtlich und schön ist. Ich werde diesmal wirklich so bitter, böse und hart durchgreifen. Wer dir nicht zuhört, hat Pech. 21 Uhr, Montag, Verlosung, dabei sein, live im Stream. Euer Kommentar mit den Antworten untereinander durchnummeriert. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und so weiter. Nur die Aufgaben, nur die Antworten durchnummeriert. Euer Kommentar muss beinhalten. Erstens, wie lautet euer Ingame-Name in Pokémon Go? Das ist wichtig, um rauszukriegen, wer ihr seid und das dann bei der Gewinnverteilung, das auch an den richtigen geht. Erstens, Ingame-Name Pokémon Go. Zweitens, wer hat die sechs Promocodes für die Verlosung zur Verfügung gestellt? Schreibt die Antwort hin beim Punkt 2. Drittens, von wem war die Sammelkarte mit dem Promocode, den ich eingelöst habe, um die Medaille zu bekommen? Schreibt den Namen dahin. Schreibt die Antwort auf bei drittens. Viertens, wie viel WP hatte das Klick aus dem ersten Kapitel? Schreibt es hin bei Nummer 4. Fünftens, welches Pokémon war die Endbelohnung vom zweiten Kapitel? Nummer 5, okay, aufgeschrieben. Sechstens, wie viele Eier muss man im dritten Kapitel brüten und wie viele habe ich gebrütet? Da schreibt ihr also zwei Antworten nacheinander. Ob ihr das mit einem Schrägstrich, einem Bindestrich, wie auch immer trennt, ist egal. Da müssen also zwei Antworten hin, in eine Zeile. Siebtens, welches Pokémon hat mir Genaya für mein Kusilla getauscht? Achtens, wer hat das letzte Geschenk im dritten Kapitel bekommen? Neuntens, wie viele Premium-Kampfpässe gibt es als Belohnung im vierten Kapitel? Zehntens, welches Kumpel Pokémon hat die Bonbons in Kapitel 5 erlaufen? Bei mir. Elftens, wie viele Erfahrungspunkte habe ich für das Fangen von Meltan bekommen? Zwölftens, das ist ganz tricky, bisher ging es eigentlich immer der Reihenfolge nach, wenn man sich das durchguckt. Zwölftens, wie viele Pogecoins hatte ich auf der Hand, als ich die Medaille für die Forschung erhalten habe? Und nun, das waren alle Fragen, um das Ganze abzuschließen, haben wir natürlich noch ein Hashtag. Unter dem Punkt 13, 1 bis 12 untereinander, 13 als letztes, folgt natürlich wieder ein Hashtag für die Verlosung. Und der Hashtag, diesmal trägt den Titel der Forschung. Einfach den Namen von der Forschung, so wie die Forschung heißt, als Hashtag bei Punkt 13 hinschreiben. Schreibt es zusammen, sonst ist es kein Hashtag. Ob ihr alles klein schreibt, alles groß schreibt, ist euch überlassen. Wie lautet der Name der Forschung auf Deutsch? Steht eigentlich bei allen drei Videos dabei vom Gewinnspiel. Steht hier im Video wahrscheinlich im Titel. Steht an der Medaille. Seht ihr halt auch bei der Forschung selber, wenn ihr die Videos guckt. Und ihr müsst ja die Videos gucken, um die Fragen beantworten zu können. Zu den einzelnen Kapiteln, zu den Belohnungen und allem anderen. Das ist ein bisschen umfangreich. Da werden einige denken, oh was Fragen beantworten, gar kein Bock. Aber das ist okay. Wer eine faule Socke ist oder wer keinen Bock hat auf irgendwas, der soll das ja auch nicht gewinnen. Ich möchte wirklich, dass Leute, die hier da sind und die immer die Videos schauen und die eh alle drei Videos geguckt haben und das aus dem Stehgreif wissen, dass das vielleicht an die geht oder andere ein bisschen animiert sind. Wenn sie unbedingt diese Medaille und diese Forschung haben wollen, dass sie sich diese drei Videos nochmal angucken. Die Videos sind wie gesagt letzte Woche online gekommen. Drei Stück sind es. Da sind alle sechs Kapitel abgearbeitet. Da findet ihr alle Antworten zu diesen Fragen. Und jetzt könnte man natürlich denken, man will schnell sein, schreibt einfach die Antwort drunter. Und dann kommen die Abstauber, die sich sagen, ach wir warten einfach, bis einer die ganzen Antworten drunter geschrieben hat. Und dann kopieren wir einfach den seine Antwort nochmal unten drunter und wechseln nur unseren Ingame-Namen aus. Also solche Leute wird es bestimmt auch geben, die sich sagen, ach ich habe keinen Bock ewig zu suchen. Ich warte, bis ein Kommentar dasteht. Und dann kopiere ich den einfach und schreibe meinen Namen einfach noch mit hin. Verlasst euch aber nicht drauf. Es wird viele geben, die sicherlich falsche Antworten geben oder irgendwas nicht richtig machen. Und wenn ihr dann falsche Kommentare kopiert, habt ihr auch nichts gekonnt. Wer wirklich sicher sein will, der könnte aber natürlich sagen, okay, ich bin ja schlau. Ich weiß, das kommt am Dienstag online, das Teil. Ich schreibe erst am Montag meinen Kommentar dahin. Vielleicht schreibe ich meinen Kommentar erst um 20 Uhr dahin am Montag oder um 20.30 Uhr oder um 20.50 Uhr. Dass ich dann erst einen Kommentar mit den richtigen Antworten hinschreibe und abgebe. Wenn schon alles voll ist mit irgendwelchen Fake-Kommentaren oder Kommentaren wie, hä, wie macht man da mit? Oder hä, was muss man da machen? Oder hä, was kann man da gewinnen? Die wird es auch geben. Es ist euch überlassen, wie ihr es macht. Schreibt ihr direkt einfach alles unten drunter. Und lauft der Gefahr, dass andere euren Kommentar kopieren und dann abstauben. Oder haltet ihr die Antworten zurück. Vergesst dann aber zu kommentieren und kommt gar nicht dran. Das ist euch überlassen. Wie gesagt, auf jeden Fall diesmal ein großes, fettes, brutales Gewinnspiel. Montag 21 Uhr ist Verlosung. Sei dabei 21 Uhr. Der Stream fängt 20 Uhr an. 21 Uhr wird verlost. Und haut eure Antworten unter dieses Video hier, um dabei zu sein, um eine Chance zu haben. Sechs Medaillen gibt es. Sechs Spezialforschungen gibt es. Sechs Gewinner wird es geben. Dann guckt halt drauf, dass ihr alle Punkte habt, alle Antworten habt, untereinander durchnummeriert. 1 bis 13 untereinander den richtigen Hashtag. Dass es auch ein Hashtag ist. Und halt die richtigen Antworten und vor allem euren Namen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ja deutlich erklärt. Und es steht trotzdem wieder drunter. Hä? Was muss man da machen? So. Das war es von meiner Seite aus. Danke nochmal natürlich für die Sammelkarte. Und danke auch natürlich für die sechs Forschungen. Und wer die Antworten nicht kennt, der soll sich halt die Videos angucken. Und wer die Antworten kennt, dann viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen. Zack. Das war zu viel. Gut. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.